Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch, was man unter proportionalen Funktionen versteht und wie man diese mit Hilfe vom Steigungsdreieck in ein Koordinatensystem einzeichnen kann, also den Funktionsgrafen zeichnen kann, ohne eine Wertetabelle zu benutzen. Zuerst schreibe ich euch gleich auf, was die wichtigsten Eigenschaften von einer proportionalen Funktion sind und danach zeige ich euch an Beispielen, wie man diese in ein Koordinatensystem einzeichnet oder wie man aus einem Funktionsgrafen die Funktionsgleichung herausfindet. Eine proportionale Funktion ist eine Funktion mit der Funktionsgleichung in der Form von f von x ist gleich m mal x. Das m wird dann durch eine Zahl ersetzt. Wenn zum Beispiel für das m die Zahl 3 eingesetzt wird, dann würde die Funktionsgleichung lauten f von x gleich 3x. Außerdem ist der Graph einer proportionalen Funktion immer eine Gerade, die durch den Ursprung geht. Der Ursprung in einem Graphen ist der Punkt 0,0, also da wo sich die beiden Achsen treffen. Und wie eben schon gesagt, für den Faktor m können wir Zahlen einsetzen und diese Zahl gibt dann die Steigung an. Je höher dieser Faktor ist, je steiler ist nachher diese Gerade. Das waren erstmal die wichtigsten Punkte zur proportionalen Funktion. Jetzt wollen wir sie mithilfe des sogenannten Steigungsdreiecks mal in ein Koordinatensystem einzeichnen. So, wir wollen die Funktion f von x gleich 2x in dieses Koordinatensystem einzeichnen. Wir machen uns zuallererst mal direkt was zu Nutze, was wir eben festgestellt haben. Eine proportionale Funktion geht immer durch den Ursprung. Also können wir auf jeden Fall unseren ersten Punkt hier im Ursprung, da wo sich die beiden Achsen treffen, einzeichnen. Dann wollen wir jetzt gleich was mit dem Steigungsdreieck machen. Und zwar sagt diese Steigung m, die ja gleich 2 ist, die besagt, wenn ich im Koordinatensystem einen Schritt nach rechts gehe, dann muss ich zwei Schritte, das ist die Steigung m, nach oben gehen. Und hier kann ich meinen nächsten Punkt machen. Dann verbinden wir die beiden Punkte und erhalten ein Dreieck, das sogenannte Steigungsdreieck. Jetzt können wir von dort aus weitermachen. An diesem Punkt sind wir angelangt. Wenn wir jetzt wieder einen Schritt nach rechts gehen, müssen wir gleichzeitig wieder zwei Schritte nach oben gehen. Und hier können wir unseren nächsten Punkt machen. Auch hier verbinden wir wieder die letzten beiden Punkte. Und erhalten das zweite Dreieck. Die beiden Strecken, die ihr gerade eingezeichnet habt, sind jetzt eine längere Strecke. Also die gehen ineinander über. Und ihr könnt jetzt ohne noch weiter zu machen, wir haben drei Punkte, das reicht, können wir jetzt mit der Lineal den Funktionsgrafen einzeichnen. Also die komplette Gerade. Und zeichnen dann die Linie ein. Die können wir jetzt von hier oben bis nach unten durchziehen. Und das war's schon. Das ist unser Funktionsgraf für die Gleichung f von x gleich 2x. Also die Steigung m, diese 2 vorm x, sagt an, wenn ich einen Schritt nach rechts gehe, muss ich zwei nach oben gehen. Schauen wir uns das letzte Beispiel an. Und zwar wollen wir diesmal herausfinden, welche Funktionsgleichung hier zu dem gezeichneten Graphen passt. Wir fangen mit dem grünen an. Was können wir hier machen? Wir können genau das, was wir gerade eben gemacht haben, uns jetzt zu nutzen machen. Wir gucken uns nämlich an, wenn ich einen Schritt nach rechts gehe, wie viele Schritte gehe ich dann nach oben, um an der grünen Linie auszukommen. Wir gehen einen hier nach rechts und zählen mit 1, 2, 3 nach oben. Also können wir für die Gerade f1 aufschreiben. Die Funktionsgleichung lautet f1 von x ist gleich 3x. Die Steigung ist 3, weil wir drei Schritte nach oben gehen müssen, wenn wir einen Schritt nach rechts gehen. Zweites Beispiel hiervon. Die Gerade nehmen wir f2. Ich gehe hier einen Schritt mit rot nach rechts. Dann gehe ich nach oben, bis ich die rote Gerade treffe. Und ich zähle. Ich gehe einen Schritt nach rechts. Und diesmal gehe ich weniger als einen Schritt nach oben. Genau die Hälfte, also 0,5. Also ist f2 von x die Funktionsgleichung gleich 0,5x. Und das war es auch schon. Also mit dem Steigungsgleich kannst du entweder selbst aus einer Funktionsgleichung einen Funktionsgrafen zeichnen. Du kannst ihn aber auch zur Hilfe nehmen, um aus einem Funktionsgrafen, der gezeichnet ist, die Funktionsgleichung abzulesen. Was du dir merken musst, ist die Steigung m ist immer das, wenn du einen Schritt nach rechts gehst. Wie viele Schritte gehst du nach oben? Das ist die Steigung m. Wie du auch an dem Beispiel hier schon sehen kannst, der grüne Graph ist viel steiler als der rote. Das liegt daran, weil hier die Steigung auch größer ist. Die 3 ist größer als 0,5. Heißt also, je größer die Zahl davor ist, je größer ist die Steigung. Wenn du ein Beispiel mit negativen Zahlen hast, dann gehst du einen Schritt nach rechts und die negative Steigung dann nach unten und nicht nach oben. Ansonsten bleibt das vom Prinzip her gleich. Das war es erstmal für dieses Video. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Im nächsten Video zeige ich euch, wie das mit dem Steigungsreieck funktioniert, wenn die Steigung m als Bruch dargestellt ist. Das kommt auch häufig vor, aber jetzt erstmal viel Spaß damit.